weiter geht's mit einer triple reichen folge fifa 22 karrieremodus mit dem vf wolfsburg triple fragezeichen schaffen wir es diese folge ist die antwort mit dieser startformation gucken ob der traum wieder wahr wird und wir wie letzte saison das triple holen wenn das der fall sein sollte werde ich auf jeden fall nächste saison ein stufe höher auf ultimativ stellen denn es macht natürlich spaßes trippel zu gewinnen also versteht mich jetzt bitte nicht falsch aber jede saison meister pokalsieger und schämpfiger zu werden ist auf dauer langweilig versteht ich bitte nicht falsch ich hoffe ihr wisst was ich meine es ist auch mal spannend um schämpfzig platz zu kämpfen oder so wisst ihr aber jedes mal trippel holen das finde ich auch unrealistisch deswegen werde ich wenn wir es gewinnen auf ultimativ stellen und ja das ist unsere startformation ich habe nichts geändert außer dass von der hohe erfanden wird natürlich wieder ins tod zurückkehren wird wenn euch das ganze gefällt mir das doch gerne kostenloses abo da würde ich sagen genug geredet rein ins spiel so wir spielen in paris saint germain stadion in frankreich also in paris spielen wir psg hat es leider nicht geschafft seinen halben vorteil zu nutzen wir schon ach und noch mal die frage wieso einige manchmal diese frequenzen sehen können mit dem bus oder mit dem leeren stadion das liegt darin dass ich die ps5 version spiel auf pc oder der ps4 version geht das leider nicht gegen next gen update und sowas so baku letzte letzte spiel im pokal ein überragendes spiel gemacht mit ces und jung zusammen deswegen bleiben die beiden auch drinnen aber junior hier im bild gerade ist natürlich einer der weltbesten fügel spieler die gerade hat also vom papier her würde ich sagen ist baster favorit quatsch real ich sag jetzt baster und alle auge auf im junior gewichtet ist ja klar unsere mannschaft wird gar nicht eingeblendet gehen wir rein gegen real baku noch mal baku vertritt er sich da oh mein gott das ist das 1 zu 0 für madrid also mit dem schuss hätte ich überhaupt nicht gerechnet überragend wir liegen zurück karte gut dafür bordeaux und und gga nee wie heißt denn meine kibakorra hält boah du oh das ist ein bisschen jung, jetzt ist er da mal frei ein bisschen zu harmlos zwei Außenverteidiger gibt es der Ballgewinn davon Almada bietet sich an, gut durchgespielt von Bordou und der macht 1-1 Konter Almada, der kann das bzw. wir können das 1-1 das ist für mich eine Karte also es war ein Foul, ganz im Ernst das kann doch nicht sein das heißt noch mal Bordou abgefälscht, das kann nicht sein Halbzeit das wäre nochmal die Chance gewesen gerade jetzt vielleicht noch wir ein bisschen mit Ballbesitz greifen wird auch nicht angegriffen Kammerwinker überragend oh, es ist der Außenpfosten so gut, der ist frisch überragend mal bei von Tonali und da ist aber beim dritten Versuch ey, das kann doch nicht sein definitiv so, letzter Angriff jetzt für uns gibt es jetzt hier nochmal das ist für mich auch eine Karte gibt es hier nochmal eine Karte ey, das kann nicht sein was ist das abseits es geht in die Verlängerung das wollte ich jetzt nicht ich wollte jetzt nicht, dass es in die Verlängerung geht darauf hatte ich jetzt wirklich gar keinen Bock na, es geht in die Verlängerung das kann nicht sein das Fehler keinen Pfeff bekommen das ist für mich eigentlich ein Elfmeter was machen meine Spieler denn da oh mein Gott damit hier auch den ersten aus der Pass kommt überragend aber aber Lorschleck wartet da wieder zu lange Flanke kommt rein es wird hier wahrscheinlich ins Elfmeter schießen gehen oder was machen meine Spieler denn da oh mein Gott was machen meine Spieler da Digga super dazwischen so so Lorschleck das muss es sein wir machen es Doku macht es 2-1 2-1 wir machen es ich wollte gerade sagen was macht Lorschleck denn da ich muss vorspulen weil ich ein bisschen unter Zeitdruck bin ich kriege einfach den Ball nicht weil meine Spieler auch so eine komische Laufbewegung machen jetzt muss ich den Ball halten irgendwie so Ball ist gehalten gibt noch mal eine Flanke Luca Neppes und Lorschleck macht es nicht wir gewinnen das Ding aber oder ja wir sind Champions League Sieger in der Verlängerung machen wir es klar sehr sehr schön 2-1 Doku rettet sehr 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 schön die so das ist wir sind wir sind wir sind たい jetzt ich bin wie ich bin 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 die egal ja leute wir sind schon 70 wenn ich sagen sehen wir uns das gleiche menü ist gleich so damit ein klein einblech saison ist beendet ist außerordentlich zufrieden mit der leistung dieser saison spieler mit arbeiter haben enorm respekt blablabla das standard gedöhnt gut gehen wir dann gleich in die neue saison bis gleich so damit sind jetzt in den neuen saison angekommen und wir werden jetzt ein transfer machen und zwar werden wir jetzt gravenbech holen ok er ist unverkäuflich aber er hat doch eine freigabesumme oder er hat doch eigentlich eine freigabesumme komisch ach so eine freigabesumme hat er nicht okay alles klar aber den können wir leider nicht holen den wollte ich eigentlich ganz gerne holen weil das ein absolutes toptalent ist das wir da bekommen würden jetzt ist leider nicht der fall ja sonst fällt mir gerade kein spieler zdm ein würde ich sagen gehen weit auf unser nachwuchs ja jetzt geht es gegen die im vorbereitungsturnier aber nicht mehr in dieser folge das wird alles in der nächsten folge passieren team zentrale gucken wir uns das noch einmal schnell an ja schulze werde ich verleihen den vertrag werde ich auch noch mal verdingern umsonst lieber ist jetzt verliehen verliehen an polminam csc ja was macht uns ein jugendbereich ach genau was ich doch wir wollen noch einmal kurz gucken was unsere neuen ziele sind für diese saison aus der jugendakademie sollen wir welche verpflichtesten erreichen sieben spiel und gegentore die geheimspiel der bundesligameister sollen wir werden ja das erfolge als univert-champions-league finale erreichen pokalseek holenligameister werden ja also das sind dieselben ansprüche lieber letzte saison auch glaube ich hatten und sonst mannschaft ja mit der startformation werde ich das nächste spiel gehen aber nicht mehr jetzt wie gesagt wird das ganz gefällt lasst doch gerne ein kostenloses abo da ja transfers ist halt so eine sache baku ja ich weiß nicht also der älteste den wir haben ist jetzt bar kommt 27 danach folgt auch schon tonali 25 da kommt würde ich gerne diese saison noch halten wollen und dann kann er gehen weil dann wird du seinen platz annehmen mit 24 hat er schon besser als baku aber naja und radmann wird dann der perspektivspieler auf doku werden weil der hat schon 75 ist unnormal gut ja und sonst brauchen im moment keinen nachwuchs oder so irgendwann müssen wir uns noch mal um den torwart kümmern dass wir dann nur nummer zwei im backup haben das ist im moment schulze ja so wenn euch das ganze gefällt lasst gerne wie gesagt kostenloses abo da bis zum nächsten mal tschau